vielleicht ist die in deinem inventar wieder? ne? keine ahnung dann weh sich's einig. das ist ein tüchlein, das wir auf dem fernzempfer zwischen kannst. hä? ist das jedes mal neu durcheinander? wie jedes mal neu? ist das anders? ja, doch ja. ist das vorbei? ne, immer noch nicht. habe ich auch so das gefühl, ne? hatte ich vorhin auch das gefühl. das ist immer anders. das ist jedes mal anders, ja? sag ich doch. oh, endlich. was endlich? endlich wieder sound. hä? bei mir noch nicht. oh, ein zweier stahlknüppel! ja moooon! hab ich auch. hä? wo ist denn jetzt der stahlknüppel? alter, das ist so... warum das denn her? haben wir's geschenkt bekommen? abstimmung! ne abstimmung! welchen mod machen wir rein? machen die rein? jawoll, endlich der stahlknüppel! endlich ist die scheiße weg, ey. ja, unser russer ist auch gleich weg. ist bei mir zum glück schon weg. warum ist er bei dir immer früher weg, ne? das weiß ich nicht. oh. so. motorwerkzeugtank. oh, von helsing, vielen dank! oh, reparaturschitz noch mal. juhu! aber wenn du mal reparaturschitz brauchst, sag Bescheid. Bescheid. wo bist denn? ich hab was für dich. ich bin bei den ganzen Kisten gerade. eben Supply und Autosupply da halt. hm. wieviel reparaturgeschitz hast du noch? wenn ich es finden würde, neun. neun? äh, hier. ja. ja, bitteschön. danke. 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 den toben brauch ich nicht mehr. verkaufen. sag. armbrust behalten wir noch mal, lieber. hast mein kaffee da. oh, hab dynamischen. hm. oh gott. hm 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 hm. oh gott. mein führer Spitzhack ist auch hier da. hä? 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 ja, die war bestimmt irgendwo, du hast sie noch nicht gesehen. 100 pro. so, ey. 100 pro. ähm. morbus, wir haben Tag 7. ja, ich weiß, wir müssen gleich mal ein bisschen weg gehen und gucken, wo wir... Schießboote hab ich schon gemacht. verändern. jetzt brauchen wir Messinghülsen. Messinghülsen, ganz schnell. ähm. ähm. warte hier. hä? hä? ja, die haben nicht in die oben rein. ja, weil wir keinen. ja. genau deswegen habe ich gesagt, dass da der... gebietsschutzblock dran weiß. weil der Hänster hat den Pool aufgepasst, doch. arrekenölle. schlag ich in der Pöl. ha. weg mich wieder so. mach du mal... ich hab ihn gebietsschutzblock. sag ich in den Händerschen. ich hab ihn schon gesetzt. wir müssen aber weiter runter sitzen, da ist er scheiße. ja, schenk ich dir. ordentlich mehr. was ist denn das? gebietsschutzblock? sehr gut, weil... der muss weiter runter. der muss... hier rein. so, alter. hm. gut ausgepasst, ey. nicht, ey. so, Geschossbissen wollte ich machen. äh, Geschossbissen gleich schon. die wollte ich auch machen, aber... hä, ich kann zwei gebietsschutzblocke machen, warum? ja, habe ich eingestellt. ach so, wusste ich nicht. so, Schäufelchen können wir auch verschaufen. so, jetzt bin ich immer noch dabei, meinen Inventar zu sortieren hier. ganz schrecklich. ganz schrecklich. den behalten wir mal. wir haben besser... können wir es erleben. essen. zement. ich habe zement schon mal fertig. habe ich auch. aber ich lasse noch eine runde auf. weil... wir haben noch eine... was? haben wir nicht aufgenommen. da. 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 so. das haben wir schon. so, was habe ich jetzt gemacht? eine Feuerwehr... wächst. eine wird noch. und dann brauche ich noch zweimal schaufeln. ja. ähm... sie sind wahrscheinlich den flur hochgekommen. ja. hallo, ihr beiden hübschen. lieben bleiben. auch sauberprobleme. meine dame. meine aufbau. sei ja für sie aufgebraucht. ich habe die tür weggekloppt. die schweine. die schweine. die haben keine geschlüsselt. hmmmm... wir brauchen einen schmelztiegel, mein freund. einen schmelztiegel. ja. und metzing brauchen wir. metzing. äh... einen automeiner müssten wir am besten bauen. oh, automeiner war auch gut, ja. jetzt stimmt wohl. stimmt wohl. ein automeiner. meiner! so... mal eben schnell... fehlmachen. wir gehen gleich wieder ein bisschen raus. wir gehen gleich wieder spawnen, wenn ihr wollt. was ist das hier, was ich gekauft habe? atomjunkie. explosionsschaden. fallschaden. na gut. so... mehr kann ich jetzt nicht machen. Außenminer, was bräuch ich dafür? äh... schraubenfehlern und öl. eigentlich sollte ich sie eigentlich machen. schraubenfehlern... ja... und öl. so... dann gucke ich nochmal, ob hier irgendwas kaputt ist. ich brauche mal einen automeiner, ja? ja, mach das. ich habe jetzt mal einen automeiner, ja? ich brauche mal einen automeiner, ja? ich brauche mal einen automeiner, ja? Echt. Na toll. Ja, dann müssen wir halt raus. Dann müssen wir halt raus. Ich lauf nur kurz alles ab. Und guck, ob mal irgendwo, bevor irgendwie ein Stein rausfällt und dann stehen wir wieder da. Die Bestellten hat abgeholt. Ne, sieht gut aus. Ich muss mich mal ein bisschen entleeren, weil ich bin ziemlich voll. Das ist ja ekelhaft. Ja, ich hab schon gesoffen gelegen. Hier, ich hab noch was für dich. Du bist denn schon wieder. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Wunderbar. Danke. Bitte. Die Geschichte. Federn bräuchten wir auch noch ein paar, ne? Wir brauchen viel mehr Federn. Ja. Und zum Händler muss ich auf jeden Fall, ich hab so viel Mist. Hier, wenn es so bleich ist, noch Sachen zu verschaufen. Ja, dann ne... Boah. Ich bin so doof, ne? Schaufel, die ganzen Schaufeln können wir alle verkaufen. Die brauchen wir alle nicht mehr. Wo ist überhaupt meine geblieben? Warum hab ich meine vier Jahre Schaufel weggegeben? Weiß ich nicht. Weil eine Sechser in der Werkbank gleich ist. Ah ja, okay. Das dauert aber noch ein bisschen. So, das nehmen wir alles ein bisschen verbrauchen. Kann Motorradlenker machen. Sehr gut. Ich muss, ich muss Rohr abbauen. Ja, dann. Brauchen wir Stahl. Jawoll. Anschmeißen. Klar, äh, haben wir nicht mehr Schmessgel. Das ist richtig. Das war mir bewusst. Bis war mir bewusst. Nampen abbauen. Naja. Also, was ist denn los? Bis erst mal tanken. Moin Alex. Huch. Wäre nicht schon einen zweiten Händler gefunden? Ne, ne? Nein. Oh. So. Warum? Warum? Hm, Lampen abbauen. Oh, ich sage da oben. Hab ich noch Blöche bei mir? Ja. Was hast du denn? Brauchst mich nicht shoppen denn. Ha, ha, ha. Verstehe ich nicht. Die Aussage verstehe ich jetzt nicht. Du, 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 du. So, das war Lampe Nummer eins. Nummer zwei. Ne, du bleibst mal da, Freundchen. Du bleibst mal da. Ich hab ja, wie viel brauchen wir denn überhaupt für ein Motorrad? Warum kaufst du denn das Zeug nicht? Kauf das doch. Warum nicht? Eisen brauchen wir für ein Motorrad, hä? Ne, wie bei Schönen. Haben wir so schlecht lesen, ja. 25 Stahl, also brauchen wir 50. Okay. Ich guck grad mal beim Händler. Munition hat der. Da brauchen wir eben fleißig Lampen ab. Ja. Der Händler hat nix. Können Fahrrad kaufen beim Händler. Nein, Fahrrad will ich halt haben. Das war ein Scherz. Das ist cool. Ich kann unten in die Welt gucken, guck mal. Sehr cool. Anzerbrechen, da hat er aber auch nur 9mm Munition, ey. Boah, 3000, ey. Stahl haben wir. Wow, wir haben einen Plan für fünf Stahl. Aus einer Laterne? Ne, auf vier. Ja, ne? Ja, das dauert ewig. Ne, Händler hat auch nix. Nichts. Hast du... Was warst du? Was warst du? Tans Battle für Maut oder Schamfetti? Ja. Ja. Da hätten sie noch Lampen. Ah. Gibt's überhaupt n... Laterne, Laterne, Laterne. Loot Reset? Hast du überhaupt n Loot Reset eingestellt? Was hab ich? Ein Loot Reset. Ja, hab ich. Weil beim Händler noch nix ist. Also bei unserem Gebäude hängt auf jeden Fall noch was in der Luft. quantum dear это лув, т né? Dumbes tut, n',. Bum, 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 bum aus einer Soffindelahrert habe ich nur einmal Stahl bekommen. Das ist auch ein Freischer. neue abstimmung klamau riesenköpfe oder konfetti ja sowohl als auch wie sie abgeht kleine zaubermaus aber aus den laternen gibt es kein stahl so scheiße oder so eine vier laterne geil torben ist verdorben der vertorbene dorpen aus der viere laterne ein stahl witz du hast aber im schädel stecken das ist ja wohl eine frechheit war anzeige raus riesenköpfe alter seid ihr hässlich man sagt ihr scheiße hat er nicht gesagt was aber nicht so nett finde ich einfach die lateine kaputt machte also 22 das schwein zwei schwein dass sie so geht weg was bin ruhe alle hier ich bin hier am ernten somit zu viele zombie sie noch ein neues buch 9 stahl geil insgesamt habe ich jetzt neuen stahl ja ich habe ich habe nicht so viel hat nur sieben was machst denn du ja das war bestimmt auch eine flutte ne ach ne siehst du ich kann noch mal ein bisschen was machen hier habe ich ganz vergessen ich habe doch noch drei punkte kann ich hier noch was glücklicher sammler kann ich dafür muss ich erst mal hier eine rein glücklicher sammler punkt 3 ich habe ja auch noch stahl zu hause 25 war es glaube ich und wie viel brauchen wir insgesamt 50 für zwei sicher dass es nicht mehr ist also für das haarwerk ja genau dann brauchst du fürs andere ja auch noch mal also das fahrwerk braucht 25 und der lenker braucht 5 also brauchen wir insgesamt 70 ach leg mich 70 sei schon 60 das finde ich auch so gemacht war geiles geburt dieses radio gebäude das sieht auch richtig fett aus ja wenn du da bist du bist zu weit weg aber du meinst vielleicht das gleiche ich entschuldige mich förmlichst ich habe hart hunger ich habe hart hunger warum sagt denn keiner was ach ich weiß ne scheiße wir brauchen echt melzziegel junge lächerne noch eine laserne in einem starken schlag mit der axt einfach mal kopf gespalten das gefällt mir gut gefällt mir sehr sehr gut so 18 stahl habe ich jetzt unsere einerseits hier quält sich und macht und tut anscheinend nicht ja die sind richtig für den arsch oder fünf spitzer geteuer habe ich auch irgendwelche zombies am arsch hier weil wir ganz schön viel sind also mal schießen so ich kann jetzt ein gelände fahrzeug scheinwerfer mod bauen und öl kann ich machen sehr gut sehr gut ist anybody da das sind ja auch noch ein bisschen mysteriösen an den schreifen dass die bloch sind naja das stimmt ich wollte eigentlich noch mal kurz gucken jetzt habe ich 6 was sagt wer kann entscheiden was ich mache oh ja du trottel ich habe es abgehängt es abgehängt habe ich ja gut weil es als ein block zählt deswegen kannst du das nicht ja oder finde ich ein bisschen blöd eigentlich ja schon aber selbst die engel wahrscheinlich zu sonst davon gehe ich auch aus aber jetzt wo es mehrere leute sind von den grafiken immer etwas neues ne ja das stimmt auf jeden fall es wird auf jeden fall er wird auf jeden fall echt nice mittlerweile bei twitter haben wir immer neue grafiken zum vorschein ja die autos werden besser die mülltonnen hau doch nicht in den baum was hat der baum die das haben hier sind ganz viele lampen frosty auf die dunkle seite dann macht niemals ein freundlicher mensch das lassen wir jetzt mal so stehen also wollte was sagen nein 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 alles gut würde ich doch nie ich habe jetzt auch 27 da schon mal ich habe 26 wirst du wird doch langsam also ich gerade noch ein paar autos mit und macht so ein paar busse weg ein paar busse hier sind noch ein paar laten ja ist er doch der frosty leider nicht ich habe es auch schon ausprobiert leider nein leider gar nicht ja wir müssen irgendwo mal ein gebäude finden wo wir uns heute nacht verschanzen davor ist das schwarze gebäude von damals ja aber das ist nicht gut für heute holzbikes ja nochmal 60 stück kommst du nicht mit hin ne wir machen jetzt nochmal 60 wir bauen uns selber was das braucht auch nur aus flasterschein sein das reicht für die horten nach loben einfach nur eine rampe oben eine kleine sächel baum mehr brauchen wir nicht für die ersten horten nach reichert aber wir sind jetzt zu zweit na ist sie schon bewusst ja und unten bauen wir es bei drumherum das auf die aufschlagen dann waren wir von oben einfach die köpfe weg ein wort in gottes ohren aber wenn der 80 stück kommen ist auch egal ob die langsam sind oder nicht ich habe ja nicht alle auf einmal so hoch habe ich nicht eingestellt ich habe mich jetzt mal gespannt da bin ich jetzt mal gespannt auf den herrn und frost aber das ist ja hast du 38 31 wenn wir fast schon bauen haben können wir doch schon 60 stück hast du gesagt das weiß ich nicht ob du das richtig gemacht hast aber wir brauchen das fahrwerk und den lenker ne ja lenker sind fünf und fahrwerk sind dann brauchen wir nur dann brauchen wir nur noch reifen räder und haben wir auch machen glaube ich glaube zwei jahre gefunden oder so kohle kohle und säure glaube ich ne ja aber ich glaube wir haben welche zwei müssen wir auf jeden fall noch da wir brauchen ja vier ja ich sage mir aber zwei müssen wir auf jeden fall schon machen dann will ich jetzt mal nach hause und wo bist du hast mir ich komme auch gleich ich bin auch zu hause fast eigentlich zum händler ich glaube ich war immer erst beim händler die frage ist wenn du das wenn du sagst dass wir sind brauchen warum gehen wir da nicht hier oben drauf worauf einer rechts einer links unten spikes hier auf das bricht stehen aber wir machen auch bei uns zu hause da ist also eine hampe ja hier machen wir es hier drauf ja unten spikes einer steht rechts einer links und dann machen wir sie weg komm ich kurz heim dann hole ich ein bisschen was bring dir was und dann du kümmerst dich um das zeug munition und motorräder und ich mache drüben das ding fertig aber dann 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 好了 dann dann mal